Eine echte Bäume wirft man ja nicht aus dem Fenster. Nicht weiter, ach sachte, warte ich drücke mal ein bisschen, dass du an die Tapete kommst. Du musst danach gleich noch mit dem Staubsauger, ach siehste. Was mach ich morgen? Nee, mach das, ich mach das. Oh, wie sieht's aus. Warte, guck, ich guck einfach unten über. Nein, das mach ich schon selber. Nein? Nein. Gut, doch gerade niemand vorbei. Du Philipp. Schnell mehr auf. So, das war der Ende Zauber.